Hallo, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Simon, ich komme aus Dienstlaken, wohn aber in Köln. So, das ist der Bogen. Wir sind hier unten in der Artifati Bar, Maastrichter Straße 49 in Köln. Das ist eine Galerie slash Bar. Hier kann man trinken und Kunst genießen, Leute kennenlernen und sich austauschen über expressionistische, avantgardistische Arbeiten der letzten zwei, drei Jahre. Ich bin Musiker, spiele in der Band Killians und deswegen bin ich heute hier auch eingeladen worden von netten Leuten zu den Kardinalsessions. Da könnt ihr gerne weiter dabei bleiben, da kommt ja bestimmt noch was dazu. Das wird ja nicht jetzt bei mir bleiben. Sind ja auch schon andere dabei. Also gut, aufgrund der komischen Stimmung hier im Raum und der etwas, sagen wir, langen Laudatio, die ich auf mich selber halte, stellt sich bei mir ein sehr wohliges Gefühl im Magenbereich ein. Ich könnte das noch tagelang so weitermachen, werde ich aber nicht. Deswegen, ich spiele jetzt zwei Lieder. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns bald. Tschüss. Musik Musik Untertitelung. BR 2018 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 Vielen Dank für die Ruhe. Das war's dann.